Es ist die letzte Personalrohrschade, die durch den Rücktritt von ÖVP-Obmann Michael Spindleger ausgelöst worden war, die vor wenigen Tagen vollzogen wurde. Nach dem Wechsel von Hansjörg Schelling ins Finanzministerium wurde der Job des Hauptverbandspräsidenten bekannt. Und diese Stelle hat nun Peter MacDonald, bisher geschäftsführender Obmann der SVA, übernommen. Und er sieht sich gleich mit einer alten Forderung konfrontiert, das komplexe System aus 22 Krankenkassen zusammenzuschmelzen. Warum das Experten fordern und viele Politiker ablehnen, weiß Sonja Sagmeister. Im Gebäude der Stadtgemeinde Baden residiert die kleinste Krankenkasse Österreichs und kümmert sich exklusiv um 240 pragmatisierte Beamte und Pensionisten. Auch Notare oder Eisenbahner haben ein eigenes System. Wirtschaftskammerpräsident Leitl gilt als einer der größten Befürworter einer Zusammenlegung der 22 Sozialversicherungsträger. 13.000 Verwaltungsbeamte sind dort beschäftigt. Gesundheitsexperte Bichlbauer heizt mit seinem Plädoyer für eine Fusion der Krankenkassen die Diskussion neu an. Würde man eben die Kassen zusammenlegen oder einen eigenen einheitlichen Katalog entwerfen, dann könnte man diese Mehrgleisigkeiten abbauen und das würde was bringen. Die direkten Einsparungen, also den Abbau von irgendwelchen Posten, das würde nicht viel bringen. Aber man muss davon ausgehen, dass durch eine sinnvolle Steuerung 10% Effizienz gehoben werden können und das sind 2,5 Milliarden Euro. Wirtschaftsforscherin Christine Mayer-Huber hält diese Zahlen für übertrieben. Sie ortet zwar auch Sparpotenzial, allerdings nur durch Einsparungen bei Leistungen für Patienten. Vom Kostenvolumen ist der Verwaltungsaufwand ein relativ geringer, das größere Volumen ist im Leistungsaufwand. Leistungsreduktion bedeutet aber auch, dass die Gesundheitsdienstleistungen zurückgefahren werden und da gibt es natürlich Betroffene. Es gibt Kinder, die häufiger zum Arzt gehen, ältere Leute, die häufiger zum Arzt gehen und da wird es natürlich zu Leistungseinsparungen kommen. Sozialminister Hunsdorfer und Gesundheitsministerin Oberhauser bei der SPÖ halten die derzeitige Diskussion für entbehrlich. Ich glaube auch, dass das ewige Mantra des Wiederholens, dass das Krankenkassen zusammenlegen, das Gesundheitssystem verbessern, retten oder sonst wie würde, nichts bringt. Ich glaube, dass wir vielmehr dafür schauen müssen, dass Menschen rasch und niederschwellig zu einem Arzt kommen. Das machen wir mit dem Primärversorgungskonzept, das Krankenkassen zusammenlegen steht nicht auf meiner Agenda. Reformen seien immer wieder an politischen Widerständen gescheitert, weil hinter den Krankenkassen der Machtblock der Sozialpartner stehe, kritisieren Experten. Wir haben 22 Krankenversicherungen, 15 Krankenfürsorgeanstalten, das heißt wir haben 36 Reiche und diese 36 Reiche verteidigen natürlich ihre Grenzen. Widerstand gibt es von allen Seiten, auch von der kleinsten Krankenkasse Österreichs in Baden. Deren ehrenamtlicher Chef verweist stolz darauf, dass immer mit Gewinn bilanziert wurde.